Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed 1 und an der Stelle erstmal Dankeschön für das fette Feedback auf die erste Folge zu Assassin's Creed 1. Überrankt, also locker einfach 1000 Likes geknackt, einfach fast glaube ich 200 Kommentare, was ich sehr feiere, eure Beteiligung, euer Feedback. Und wenn das so weiterhin bleibt, dann können wir, wie gesagt, gerne das Spiel durchzocken. Wie gesagt, ich würde mich freuen, viele haben wahrscheinlich auch erstmal eingeschalten, um nochmal reinzugucken, so ein bisschen mal schauen, wie viele dann dranbleiben bei den Videos. Werden wir ja dann bei Folge 2 und vielleicht bei Folge 3 sehen und dann werden wir dann irgendwann mal entscheiden, ob wir es wirklich durchziehen. Ansonsten weiterhin gerne Feedback dalassen, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, checkt die Videobeschreibung ab, folgt mir gerne auf meinen Social Media Seiten, Instagram und Twitter. Und folgt mir auch gerne auf Twitch, da streame ich in letzter Zeit immer wieder mal. Und macht auf jeden Fall gerne beim Gewinnspiel von meinem Partner Instagram mit, könnt ihr ein Gratis-Game oder Gratis-Guthaben für eure Plattform gewinnen. Let's go! Wir sind fertig für heute, Mr. Miles. Ich schlage vor, sie gehen in ihr Zimmer und ruhen sich aus. Alles klar. Gut. Aber krass, nice, dass die erste Folge so gut bei euch ankam. Verdammt, abgeschlossen! Da merkt man einfach, dass viele von euch immer Liebe für Assassin's Creed übrig haben, gerade hier auf dem Kanal. Und Mann, ey, ohne Scheiß, es macht einfach Spaß, oder? Mann, ganz schön unheimlich, Doc, wenn Sie so beim Aufwachen über mir stehen. Auf jeden Fall. Haben Sie mich beobachtet? Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf. Es gibt viel zu tun. Ich frage mich, wenn ich heute töten werde. Seien Sie nicht so anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Wenn der Tod weniger, erst recht böser Menschen, die Leben tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu verwenden, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. Tja. Ja, ey, man merkt halt irgendwie, finde ich persönlich gerade so bei dem ersten und zweiten Spiel von Assassin's Creed, dass der, wie hieß der, Desilée, wie hieß der, nee, wie hieß der denn nochmal, der, der Kopf der ganzen Sache, der sich das alles ausgedacht hat, der auch letztes oder, nee, vorletztes Jahr dieses Affenspiel rausgebracht hat. Wie hieß der denn noch, Patrick Desilée oder irgend so was. Oder Patrice oder irgendwie so. Der wurde ja nach dem zweiten Teil rausgeschmissen, weil er ja nicht so cool damit war, dass er jetzt jedes Jahr in Assassin's Creed kam. Der hatte sich das ja alles überlegt und so. Und dementsprechend finde ich schon so den Anfang ist von Assassin's Creed mit am besten so. So mit am besten so, wenn ich, wenn man jetzt das zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart-Story betrachtet, dieser, dieses Zusammenspiel. Gerade auch im ersten Teil finde ich das sehr cool, wie das Ganze mit dem Animus reingebracht wird, mit Abstergo und so weiter, die Assassinen gegen die Templar, wer ist was, wer will was. Da haben sie schon mit am stärksten das Thema behandelt, fand ich persönlich. Obwohl es bei den anderen Teilen, so Brotherhood und Revelations, wo der schon nicht mehr am Start war, die fand ich auch nice so. Wo auch Assassin's Creed 3 und Unity und so weiter, alles, alles coole Spiele, so. Ähm, aber gerade da, bei den ersten beiden, so finde ich persönlich, merkt man noch mit am stärksten, so seine Vision gefühlt haben. Haben Sie verletzt? Ja, ja, Quatsch nicht. Wir gehen ja schon weiter. Alles gut. Wenn Sie entdeckt wurden, töten Sie einige Ihrer Verfolger umleicht. Okay, danke für den Tipp. Ja, mache ich. Lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielte ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Alter, ihr? Wofür die Assassinen kämpfen? Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt und euren Rang. Ihr seid ein Novize, wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein Bar-Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Alles klar. Alles klar. Gut, gut, gut. Sie wurden degradiert. Waffe verloren, Schwert. Kurzschwert. Hofmesser. Alles verloren. Alles verloren. Fähigkeiten verloren. Das ist natürlich ein bisschen doof. Eigentlich so, dass du auch die Fähigkeiten verlierst. Ich meine, dass da die Waffen weggenommen werden und so weiter ist schon in Ordnung. Kurzschwertmeister-Schaden und so weiter. Naja. Naja, gut. Wie gesagt, sollen wir das ein bisschen weiter zocken, werde ich dann später, wenn sie sich das anbietet, auf jeden Fall ein paar Sachen rausnehmen, die jetzt unnötig sind. Friede sei mit euch, Alter. Hier steht mir im Weg. Ja. Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja. Wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja. Beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen, und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Alles klar. Wo will er denn hin? Ja, ey. Einige hatten es auch schon in die Kommentare geschrieben. Ich würde es auch extrem feiern, wenn sie da ein Remake machen würden. Aber das ist irgendwie, glaube ich, nicht Ubisofts Sache. Irgendwie, ähm. Allerhöchstes kommt da immer so ein Remaster draus. Ich muss auch ehrlich sagen, die Ezio Collection für die letzte Konsolengeneration, also Xbox One und PS4, äh, war auch so gefühlt so, das Minimalmäßige, haben sie auch nicht viel gemacht. Aber gut, da waren sie nicht die Einzige, die Batman Collection, die Bioshock Collection usw., die war auch alles so, das war auch, äh, nicht angemessen, den Spielen gegenüber, finde ich. Ähm, Hätten sie eigentlich auch, hätten sie eigentlich auch, Ezio Re, äh, äh, Alter E mit reinmachen können, aber wie ist ja Ezio Collection, deswegen passt es schon. Ähm, wär aber ganz cool gewesen. Wär ganz cool gewesen, hätten sie das auch noch mit reingenommen. Und vielleicht ein Remake draus machen können. Aber, ey, sie wollen was anderes machen, sie wollen was eigenes machen, neue Spiele machen. Dementsprechend, ist es auch in Ordnung? Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich leuchtet er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Tja, wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Aber so ein Remake wäre schon ganz geil, Alter. Mit angemessener Optik. Und vor allem auch die Missionsstrukturen noch mal ein bisschen verbessern. Weil es war damals schon Kritikpunkt, heute sowieso erst recht. Aber damals war es schon wenig Abwechslung in Sachen Gameplay, wie du die Missionen machst. Belauschen, klauen, das ist schon gefühlt 50% der Sachen, die du machst, mehr gefühlt ist es schon fast nicht. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich, ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. So, love, Kleiner. Na komm. Trau dich, trau dich noch. Greif doch zu, Mensch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und einer neuen Welt, einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Leere auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masjaf. Durchschaut seine Lügen. Hier soll es gut sein, glaube ich. Oder? Wurde ich gesehen. Ich wurde gesehen oder? Nein, doch nicht. Genug, genug. Ich beuge mich. Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal. Er hat mir von ihren Plänen erzählt. Bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, alter ihr. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihnen geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh, mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit neun Namen drauf. Neun Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden. Sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. Neun Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen. Er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Hedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. So sei es. So. Da haben wir auch unsere Klinge. Das waren noch die Zeiten, wo der Finger abgeschnitten werden musste. Mann ey, das war... Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Ich will nicht schon wieder ranten über die neuen Assassin's Creed Spiele. Ich meine, da habe ich auch... Wie gesagt, ich habe da auch Spaß. Aber ich fand es so geil. Ich fand es damals so geil. Auch gerade mit dem ersten. Da habe ich den Eindruck, der ist so ein bisschen unterschätzt auch. Ich weiß nicht. Aber wie da einem das Credo nahegebracht wurde und was es heißt, ein Assassine zu sein, das hat einfach ein geiles Feeling gehabt, finde ich. Ja, ich glaube auch so zum Beispiel diese Trainings-Einheiten. Ich glaube, die werde ich zum Beispiel rausschneiden. Weil es ist ein bisschen lame. Ich verstehe. Ja, Bruder, ich bin sehr beschäftigt. Nee, nee. Ja, das werde ich auf jeden Fall rausnehmen. Das müssen wir später öfters machen. Aber solche Sachen, wie gesagt, die sind nicht wichtig für die Story. Da wird auch nicht großartig irgendwas erzählt. Das kann man auf jeden Fall mal rausnehmen. Damit wir uns schön nur auf die Story konzentrieren. Was auf jeden Fall gerade aus der heutigen Sicht das Beste an dem Spiel ist. Die Charakterentwicklung von alter Ehe. Oh, sorry. So. Auch hier war schon das Pferd am Start. Um die Wege zwischen den Städten schneller zu bewältigen. Hier war auf jeden Fall noch nicht so eine riesige, überladene Open World. Aber dafür sehr coole Städte. Sehr viele coole Städte auf jeden Fall. Und auch das könnte man zum Beispiel verbessern in einem Reming. Also, klar. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, bei Ubisoft wird es sowas nicht geben. Obwohl ich das cool finden würde. Also gerne so. Man könnte ja auch so neue Teile alle zwei Jahre. Also dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr überhaupt ein Assassin's Creed kommt. Ich hoffe nicht. Sag ich ganz ehrlich. Die sollen sich gerne Zeit lassen. Aber man könnte es ja wirklich so machen. Alle zwei Jahre ein neues Assassin's Creed. Und das dann irgendwie ein cooles Entwicklerstudio. Wie zum Beispiel bei Demon's Souls. Das Demon's Souls Ring haben die originalen Entwickler auch nicht gemacht. Dass du denn irgendwie coole Leute findest, die ein geiles Remake von alten Teilen machen würden. Oder gerne den ersten Teil remaken. Und dann danach irgendwie voll den zweiten. Das könnte man ja auch echt cool machen. Guck mal, wie schnell es auf der neuen Konsole lädt. Das kommt nicht mal. Die Tipps können nicht mal zu Ende gesprochen werden. Das ist so krass, ey. Naja. Ey, ich würde es feiern. Ich würde es feiern, Alter. Ihr wahrscheinlich auch, oder? Ihr wahrscheinlich auch, ja. Warum sollte man es auch nicht feiern? Das ist aber auch geil einfach. Ich weiß noch ganz genau, auch den ersten und zweiten Assassin's Creed Teil habe ich damals dann auch zu 100% gespielt. Auch so für... Ich kletter, ich kletter, Junge! Auch so für Gamerscore. Ich weiß noch ganz genau, dass es voll krass war, dass der erste Assassin's Creed Teil, ich glaube, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr später auf der PS3 kam, als auf der Xbox 360, meine ich. Das hat auf jeden Fall ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, die Version damals lief auch gar nicht so stabil zum Anfang. Das war krass, Alter. Das war echt heftig damals. So, Freunde. Der erste Turm. Einer von zwölf, nicht einer von siebzig oder sowas. Äh, ja. Krass, Alter. Krass. Ja, 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 ja. Wir wissen es. Todessprung. Ja, habe ich gemacht. Wissen wir. So, jetzt erstmal ab zur Stadt. Und das werde ich euch auf jeden Fall zeigen. Das erste Mal in die Stadt reiten. Das ist ein Gefühl gewesen damals. Meine Fresse, war das nice. So, meine Freunde. Wir sind angekommen. Und den Ausflug genießen wir gemeinsam, Freunde. Das erste Mal, als man hier zur Stadt gekommen ist. Das erste Mal nach Damaskus. Das war schon richtig sexy, Alter. Das war schon richtig sexy. Klar, außer heutigen Sicht nicht mehr so spektakulär. Aber, nice. Man, nice. Fand ich auch ganz cool. Ich meine, die beiden, äh, oder die ganze, ne, drei, die drei Städte waren das, glaube ich. Äh, die sind zwar mit so einem kleinen Level-mäßigen, Open-World-mäßigen Abschnitt miteinander verbunden, aber ich fand's trotzdem ganz cool, so. Ich fand's schon ganz cool. War am, Junge. Du Sau! Jetzt, geh drauf! Litz auf die Schnauze! War das der Letzte? Das war der Letzte! Ich hoffe es. Doch, riskiere ich besser nichts und eile heilig. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert. Das vergesse ich nicht. Habt ihr die Leiche gesehen? Hinter ihm? Die Scheiße, man. Ja! Aufgepasst, Freunde! Oh! Und das ist der Moment, Freunde! Jetzt haben wir dieses Feature schon einmal öfters genutzt als in über 70 Stunden in Assassin's Creed Valhalla! Krass, oder? Kleiner Spaß. Am Rande, muss auch mal sein. Ja, ey, wie gesagt, fand ich ganz cool so, dass die einzelnen Städte auch aufgeteilt wurden. Hat mich jetzt gar nicht so gestört, dass sie nicht komplett zusammenhängend waren, sondern dass sie vielleicht so von einer kleinen Ladezeit unterbrochen wurden. Und dass sie, wie gesagt, nicht komplett zusammenhängen. Hat mich so einzig gar nicht gestört. Könnte man zum Beispiel auch besser machen in einem Remake. Wie gesagt, ey, Ubisoft, mach das doch gerne. Die meisten würden das feiern, Alter. Die würden das doch feiern. Ein starkes Remake zum ersten Teil, dass die ganzen Städte miteinander verbinden. Ein bisschen, bisschen kleineren Open-World-Abschnitt dazwischen bauen. Nicht immer riesengroß machen. Aber dass es vielleicht ein flüssiger Übergang ist, dass sie wirklich komplett zusammenhängend ist, die Welt. Könnte man machen. Ja, ein bisschen anpassen, wie gesagt. Nur halt nicht wieder komplett aufblähen. Das Ganze muss, muss nicht sein, Freunde. Muss nicht sein. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo müssen wir eigentlich hin? Wir gehen als erstes natürlich erstmal zum Aussehspunkt. Und das war schon geil, Alter. Das war damals schon... Das war damals schon absolut Spitzenklasse, Alter. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das das erste Mal als Test of Green 1 gespielt habe und ich war so begeistert, Alter. Wie geil ist die Optik gewesen damals? Wie geil sind die Animationen gewesen? Das Klettern machte Bock. Die ganze Story machte Bock. Die ganze Welt, die da erschaffen wurde, Alter, das hat mich direkt in den Wangen gezogen. Wie gesagt, der erste Zeitungsbericht. Damals noch die Game vorgelesen und ich glaube, die hatten den ersten, den ersten Bericht, glaube ich, 2006 irgendwann. Ich glaube, das war sogar eine Titelstory damals. Und Alter, da war es sofort, sofort am Start. War ich sofort am Start bei der Serie. Also, das hat mich direkt geflasht, ja. So. Ja. Taschendiebstahl, genau. Wir mussten nämlich Informationen immer besorgen und das war so der Punkt, weil, wie gesagt, vieles wurde mit Belausch, mit Diebstahl gemacht, was, wie gesagt, auf der Ordnung hast du verstanden? Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen, viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Rätseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut, dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Komm her. So. Rief der Aussag, dass Tamir eine große Lieferung plant. Okay. Ja, wie gesagt, ich werde das alles ein bisschen abkürzen, damit ihr auf jeden Fall die spannendsten Sachen zu sehen bekommen, Freunde. Ich finde es eigentlich ganz cool, gerade so bei Spielen, die viele Leute kennen, dass wir das dann einfach so machen, und dass wir dann wirklich einfach nur die geile Story, ein paar coole Szenen mit reinnehmen, natürlich, klar, ist logisch. Aber ich finde es eigentlich ganz geil. Es lief eigentlich auch bei Unity ganz gut. Fanden, glaube ich, viele auch ganz cool, dass wir, wie gesagt, so bei gerade bei älteren Spielen muss man jetzt nicht jeden einzelnen Furz nochmal mit reinnehmen in die Videos. So ein bisschen, ein bisschen, zwar Oldschool-mäßige Let's Play-mäßige Videos, so, aber mit einem kleinen, mit einem kleinen Anteil an Cuts, wo es angebracht ist, finde ich schon ganz cool. Da ist, glaube ich, so ein ganz guter Spagat zwischen Oldschoolern und Leuten, die jetzt nicht mehr so Bock haben, jeden einzelnen Furz in den Videos zu sehen. So, aber jetzt gehen wir trotzdem erstmal hier in das Assassingebäude und ich muss ehrlich sagen, so das Symbol, ey, ich, ohne Scheiß, es gibt so, es gibt so Spiele mit so Symbolen, Alter, die feiere ich. Auch gerade bei Years of War, dieses, dieses Zahnrad ist zum Beispiel auch so ein geiles Ding. Das Assassin-Zeichen, das, äh, hier, wie heißt es? Wie heißt das Zeichen von Zelda nochmal? Tri, äh, Triangel, will ich sagen, aber das ist was anderes. Ihr wisst schon, Alter, hier. Schön, euch zu sehen und in einem Stück. Ich freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Das reicht. Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll sie beenden. Nun sagt mir, wo ich ihn finden kann. Sicher wisst ihr noch, wie man einen Gegner aufspürt. Natürlich. Herausfinden, wann er wo sein wird. Aber das überlässt man am besten. Ich verstehe. Geht und untersucht die Stadt. Stellt fest, was er plant und wo er arbeitet. Die Vorbereitung entscheidet den Sieg. Was könnt ihr mir über ihn berichten? Tamir bestreitet seinen Lebensunterhalt als Schwarzhändler. Fangt im Zugbezirk an. Ich schlage vor, dass er die folgenden Orte aufsucht. Ein kleiner Basar nordöstlich von hier, die Madrassa im Osten und die Gärten nördlich dieses Büros. Konzentriert euch auf diese Orte und ihr solltet ihn gut kennenlernen. Ich soll vermutlich nach Erledigung zu euch zurückkehren. Ja, kehrt hierher zurück. Ich gebe euch Al-Mualems Feder und ihr gebt uns Tamirs Leben. Wie ihr wünscht. Doch bedenkt dies, alter ihr. Geratet ihr in Schwierigkeiten und wendet sich die Stadt gegen euch, kommt hierher zurück. Ich kann euch vor dem Sturm schützen. Seid aber gewarnt. Wenn die Feinde zu nahe sind, bleibt meine Pforte geschlossen, bis ihr sie abgehängt habt. Habt ihr verstanden? Ja. Einen Feind herzuführen, würde die Bruderschaft gefährden. Sehr gut. Dann geht. Das neue Ziel. gegen ihren Führer gewendet. Vielleicht haben wir diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Kommt mir nicht zu nahe. Warum haut ihr nicht ab? Ja, hast recht. Plötzlich hast du eine ganz andere Stimme. Haut ab, haut ab. Lauf weiter, Junge. So, raus mit der Sprache, Junge. Hier scheint einiges über Tamir zu wissen. Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle. Sonst nichts. Wie schade. Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, wartet. Es gibt da etwas. Fahrt fort. Er ist neuerdings sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler, vieler Waffen. Und weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Das heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu. Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Die Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders. Unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen. Aber ich weiß nicht, wen. Ist das alles? Ja, ja. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Dann ist es Zeit für euch zu schlafen. Einfach eiskalt abgestochen. Ihn juckt es auch nicht. Tamir ist damit beschäftigt, die Waffenproduktion zu überwachen. Okay, haben wir den zweiten Punkt, holen wir uns den dritten. Um diese barbarischen Taten zu rächen. Und? Wie hast du es geschafft? Ohohoho, das war nicht einfach, mein Freund. Ganz und gar nicht. Der verfluchte Händler hat mich erwischt und um Hilfe gerufen. Das wird die Wachen nicht erfreut haben. Mindestens ein Dutzend von ihnen kamen. Alle schwer bewaffnet und streitlustig. Und was dann? Habe Fersengeld gegeben, ab durch die Menge und drüber und runter her. Ein paar stieß ich um, aber sie verfolgten mich weiter. Wie konntest du entkommen? Meine Freunde haben mir geholfen. Wie meinst du das? Ein paar meiner Brüder treiben sich am südöstlichen Ausgang des Zuges herum. Sie ließen mich passieren und nahmen sich dann der Wachen an, lenkten sie ab, während ich floh. Ohne ihre Hilfe wäre ich jetzt nicht hier. So, Nachforschung beendet. In der Stadt Hilfe finden, um bei der Flucht aus dem Zug zu helfen. Nachforschung beenden können wir jetzt schon nach den ersten zwei, ersten drei Sachen zum Büro. Okay, gut, dann gehen wir direkt wieder zum Büro zurück. Ich dachte, wir müssten, ich dachte, wir müssten alle sechs. Wie war das nochmal? Ja, okay, wir kehren erstmal zum Büro zurück, Freunde. Altair, Willkommen, Willkommen. Ich habe getan, was ihr wolltet. Nun gebt mir die Feder. Immer der Reihe nach. Sag mir erst, was ihr wisst. Tamir kontrolliert den Sukk al-Silach. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird dabei von vielen unterstützt. Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Sukk al-Silach wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Lasst all Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Okay, ich dachte, ich hatte es irgendwie abgespeichert, dass wir immer immer alle Punkte holen müssen. Aber ich glaube, Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitt. Ich glaube, das war so, dass wir die Wahl haben. Wir können mehr Informationen holen, wenn wir Bock haben und alle Nahforschung beenden, damit wir bessere Übersicht haben für das Ziel. Aber gut, ich glaube, ich mache dann immer das Mindeste, weil ich ja relativ noch gut weiß, wie ich das machen soll. Aber gut, Freunde, wir werden auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, beim nächsten Mal weitermachen. Habt ihr Bock? Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar auch gerne da und vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal. Ansonsten, danke erstmal fürs Zusehen, Videobeschreibung abchecken, haut rein und tschüss.